hallo leute und willkommen zu einem video heute sind wir bei cowboys was indians da so irgendwie auf 5 sie macht es nicht spaß mit seiner kacke brille richtig wie kleine china ja ja das spielprinzip ist so es gibt zwei teams zwei lied what the fuck scheiße ich habe gar nicht gesehen dass ich der leader bin fack rette mich man scheiße rette mich nein ja ich renne so hinter dir nach und bin nur fixiert auf dich und wieso was was ist das ist richtig verbagt ich habe ich habe die tränen als schwert guck mal hier guck mal her hinter dir was habe ich in der hand ja das ist mein schwert und mein bogen ist weg alter wieso habe ich nichts okay ich lasse mich einfach umbringen nein bring mich um ja bringt mich um bring mich um komm schon ich will waffen haben bring mich um ja komm komm ja genau geil endlich so jetzt habe ich wieder ein schwert man ich habe einfach mal kein schwer richtig behindert wo ist unser leader geil du kannst ihn schon nachher das weißt du schon ja in bei der xp leiste hat man jetzt gesehen unser leader wurde gecaptured und ja jetzt wird ein neuer so gesagt aus erwählt der was dann da ja der was dann einfach ein anderer ein neuer ist weil es sehr langweilig wenn die ganze der gleiche leader da wäre wo ist denn der ist jetzt auch so in schlacht will gelaufen wie ich ich bin der neue okay ja und kaum weil es ziemlich behindert dann komme er zu mir wer bist du denn nein ich bin gleich gecaptured wer da oben bist du ahhh fickt euch weg von mir weg von mir weg von mir alter leck mich scheiße nein 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 ich bin gecaptured hier bin ich nutze den speed ja hä was jetzt ist es schon so wieder so verborgt ich habe schon wieder kein schwert gehabt als der weil wenn man nicht gecaptured ist dann hat man ein schwert ja jetzt ja jetzt guck hä was ich habe einfach keine waffen weil entweder ist es wirklich so gerade verbacken über mir oder es ist überhaupt so ich glaube ich kann mich daran erinnern dass es bei mir auch schon mal so war okay es kommt ein gelber auf mich zu da hinten ist einer bist du bei mir ich kann nichts machen hier echt behindert hier sind gerade so viele gültige hier sind gerade so viele gültige verdammt schlagt ihn mann ja geil nein verdammt schon wieder ja geil ich hab ich sprinte jetzt dahin Achtung hinter dir ist wieder einer wer ist tot die ne das schaffe ich nicht ne das schaffe ich nicht hehehe okay ja ja Bist du bei mir? Nee. Ich tue so die ganze... ...nur... ...ausweichen. Genau deswegen habe ich jetzt gar nichts mehr. Ah nice, Waffen habe ich aber wieder. Ah, da kommt wieder einer. Da kommt jemand. Geil! Ich am Ende noch runter spreng. So. Das war die erste Runde. Und... Hä, was denn? Ja, dann sehen wir uns in der zweiten Runde. Bis gleich. So, hi Leute. Zurück in der zweiten Runde. Und alle Spieler drehen am Rad. So. Der Leader. Und wir sind zusammen. Kommt mit. Der Leader haut ab. Weißt du, ist so total in ihm drinnen stehen, dass ihn keiner abcapturen kann. Weil er sonst uns nehmen würde. Wieso geht er nicht noch höher? Hier hoch. Idiot. Was probiert der? Den Sprung geht... Geht der Sprung über... Ja okay, der Sprung geht. Okay, der Sprung geht. Okay, der Sprung geht. Okay, der Sprung geht. Hey! ... ... Wieso sind das jetzt? Hä, wieso höre ich die ganzen Schritte von Gras? Okay, dann egal. Keiner kommt hierher! Oh! Hä, okay, da unten ist... Ich glaube, hier ist ein Kopierfehler entstanden. Meinst du ein Kopier? Hier. Da unten, das siehst du glaube ich von dir gar nicht. Aber da ist ein Fehler einfach so beim Kopieren oder so. Ich bleib ein bisschen her vorne. Das nicht glauben, dass da hinten weiß. Äh. Achso, Indiens. Ich glaube immer dann unsere. Ist gecaptet worden. Oh! Hallo! Einer kommt zu euch! Einer kommt zu euch! Die kommen mir sowieso nicht in der Glocke an. Nice. Ich hab jetzt 20 Pfeile! Alter, das ist richtig ne gute Taktik. Hier steht so nach vorne und einfach oben. Hm. Alter, mein Ne. Das sieht doch richtig geil aus. Hä, das sieht irgendwie so wie ein Käfer hier aus. Oder? Wie so ein Tier. Hier. Hm. Okay. Nice. Wer ist so klug und setzt schon in der Base, äh, Unsichtbarkeit an. Äh, bleibst du da oben mit ihm? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Weil du bist jetzt nur mehr... Nur mehr du beschützt ihn, oder? Ja, und dieser Flower. Hä, wer... Oh, da. Was ist mit dem? Äh, hier sind grad ein bisschen laggy. Äh, okay. Ich bin gleich bei deren Base. Glaub ich zumindest. Nein, der darf nicht hier oben... Nein! Ende von uns ist gestorben. Mann. Wir sind schon so nahe. Jetzt muss ich hin alleine. Hä, der... Der ist da oben am Berg. Den Ernst? Hä, da ist da oben am Berg. Invisibility. Nice. Keiner ist bei ihm. Keiner ist beim Captain. Was ist denn das für'n Scheiß? Okay, es gibt doch so nen Tunnel am Raum. Jetzt muss ich gar nicht. Hihihihi. Trolololololol. Hihihihi. Ich hab den... Ich hab den... Den Leader da. Oh! Alter, wie mich keiner angreift, obwohl mir drei entgegenrennen. What the fuck? Wo ist unser Punkt? Wo ist unser Punkt? Wo ist unser Punkt? Keine Ahnung. Da! Nice! Geil. Schon mal einen bekommen. Da oben ist ein Gelber. Ich geh... Oh! Warte... Oh man! Geh den hintereinander. Wo ist der? Ich hab ihn umgebracht. Alter von uns ist da noch niemals gecaptured worden. Ich bleib hier oben, dass ich so runter schießen kann auf die anderen. Da kommt einer aus dem Tunnel jetzt. Aus welchem Tunnel? Oh. Okay, den hab ich auch nicht gesehen. Hä? Den Tunnel hab ich wirklich noch nie gesehen. Gerade. Nice. Hm, diese 3D Schienen. Okay. Das ist ja richtig geil. Also die. Ich versuch's mal. Versuch mein Glück. Ah, der ist schon gecaptured worden. Hihihi. 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 Oh, ist der captain. Allergy. Ah, die schauen vorbei mit dem gecaptureden. Okay, dann sehe ich schon bei euch sind. Ja, nein, du bist jetzt nicht, nein, das machen wir jetzt nicht, das ist böse von dir, ja. Verdammt, nein, scheiße, okay, wäre mir jemand nachgekommen, hätte ich wahrscheinlich dem Leader wieder gecaptured, aber ich war alleine und hinter mir war einer. Okay, schon wieder, ah, die Sende von denen, merke ich gar nicht. Verdammt. Man, es kommt keiner zu uns. Der Cowboy ist noch, ja, Cowboy ist noch immer dahin. Hallo, 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 ich glaube, das ist AFK. Ne, das ist wirklich AFK, oder? Ne, eh nicht. Er hat gefragt, ob wir runtergehen können. Also, er hat keinen Bock auf die ganze Filme zu stehen. Can we take a walk? Ne. Hm. Man, ich glaube, die ganze... LOL, was sind mit denen? Was ist mit dem? Der hat den gelben Indian. Der hat den Indianer auf dem Kopf und merkt es nicht. Komm her. Komm her. Ich seh, ja, ich seh die Nametags. Komm runter jetzt mit dem. Komm runter. Der kommt dann, glaube ich, eh, und hoffe ich nach. Guck, wo ist der? Der, ja, der steht da. Ne, der Leader. Ja, unser Leader, der ist immer noch da. Oh, da. Guck. Da drinnen. In dem Haus. Da. Den Indian, endlich. Was passiert, wenn du den Leader auf dem Kopf hast und dann in dieses Zelt gehst? Stirbt der Leader dann? Ne. Weil der in den Block dann steckt. Hm. Alter, was war das jetzt eben? Alter. Mann, das geht schon jetzt ziemlich lange. Es kommt doch kaum mehr von den Gelben hin. Hm. Naja, okay. Es versuchen immer Einzelne zu rushen, aber das bringt's dann oft nicht. Und da ist ein, ne, äh, so ein, einer mit nem Mädchenskin. Die hat immer den Kompass in der Hand und rennt durchs Schlachtfeld, ohne ihm, ihm, irgendjemanden mit dem Kompass zu schlagen. Das stimmt. Hm. Bist du mir da grad entgegen gerannt? Ja. Hm. Wieso bist du da draußen? Okay. Mann. Ja. Komm schon. Ähm. Ja. Ja, der ist schon wieder gecaptured worden. Nice. Nein, du holst ihn dir jetzt nicht. Speed. 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 Nein. Er darf nicht entkommen. Entkommen. Kriegen. Nei, okay, gewonnen. Yeah. Und die Folge wird jetzt, hm, 20 Minuten lang, na egal, ey. Ja, zwei runden. es ist auch eigentlich nicht so die runden sind nicht immer gleich lang weiß es gar nicht mehr wie vielen capturen die runde aus ist aber ja was hier okay dann ja eigentlich zwei nette runden wo ich am anfang gleich mal gecaptured worden bin weil ich nicht gemerkt habe dass ich der leader bin aber gar nicht in groß über den bildschirm nie so entweder ist nicht gestanden oder ich habe es nicht bemerkt weiß ich nicht ich hab ich hab's einfach nicht bemerkt das ist nicht gestanden da keine ahnung aber sonst ja eine bewertung weil es ihr das also ja erklären einfach ciao